Hohe Synode, wertes Präsidium, liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich Ihnen auch in diesem Jahr einen bunten und abwechslungsreichen Bericht aus dem Landeskirchenamt vorlegen zu können. Den haben Sie schon, das ist dieser schriftliche Bericht. Bund und abwechslungsreich wie die Reichhaltigkeit, die Kraft und die Vielfalt kirchlichen Lebens, das sich in den Leistungen und der Arbeit des Landeskirchenamts widerspiegelt. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass aus allen Dezernaten und Referaten unter großem Arbeitseinsatz zu arbeiten für diesen Bericht erfolgten, die meine persönliche Referentin, Frau Pfarrerin Simon, wieder sortiert und redigiert hat. Jedes Jahr treten andere Aspekte in den Vordergrund. Zeigt sich, dass das Landeskirchenamt der EKM an allen Standorten mit hoher Kompetenz und großem Engagement das kirchliche Geschehen wahrnimmt, analysiert, sorgfältig in Chancen und Risiken bewertet und klug entwickelt. Das vorab. Auf die Einzelheiten des schriftlichen Berichts will ich hier gar nicht eingehen. Sie finden darin in großer Offenheit, was geschafft wurde, was bearbeitet wird, was notwendig erscheint und was angedacht ist. Längst nicht alles ist bis zum letzten durchentschieden. Der Bericht ist schließlich kein Amtsblatt. Ich sage das etwa im Hinblick auf die Neustrukturierung der Kreiskirchenämter, die angesichts der ständig sinkenden Zahl der Kirchenmitglieder und der daraus folgenden und sehr freigestalteten Neustrukturierung der Kirchenkreise notwendig ist. Sie finden verschiedene Möglichkeiten für eine neue Struktur der Verwaltung der mittleren Ebene. Beschlossen ist aber noch nichts. Die genannten Möglichkeiten stellen eine Diskussionsgrundlage dar und können ihrerseits durchaus beeinflusst werden. Aus meiner Sicht ist lediglich klar, dass die Struktur der Kreiskirchenämter gemäß dem Beschluss des Landeskirchenrates der neuen Struktur der Kirchenkreise folgt, die ja auch noch nicht ganz sicher ist, dass wir gemeinsam die Menschen in den Ämtern mit ihrer Kompetenz und ihrer Erfahrung so wenig wie möglich zu Veränderungen bewegen wollen und insbesondere nicht umziehen lassen wollen und dass wir keine Mittel haben, neue Gebäude zu errichten, um die Verwaltungsstandorte zu konzentrieren. Mir scheint es vielmehr sinnvoll, an den gut genutzten vorhandenen Standorten bestimmte Aufgaben jeweils zu konzentrieren, um arbeitsfähige Teams mit gegenseitiger Vertretung zu ermöglichen. Voraussichtlich wird es daher nicht an allen Standorten alle Aufgabenbereiche mehr geben, sodass Mitarbeitende gegebenenfalls neue Aufgaben an ihren bisherigen Standorten bearbeiten. Und schließlich sollte die neue Struktur der Kreiskirchenämter alsbald arbeitsfähig sein, wenn neue Kirchenkreise, Kirchenkreisverbände oder erweiterte Kooperationen von Kirchenkreisen ihre Aufgaben erfüllen sollen. Aber auch hier gilt, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit und mit Menschen geht man behutsam um. Nachdem der schriftliche Bericht in den Druck gegangen ist, ist es natürlich auch nach das ein oder andere Mal passiert, dass sie etwas geändert hat. Manches hat Zeit bis zum nächsten Bericht, aber eines möchte ich doch hier gleich berichten. In unserer Kirche haben wir eine Aktion gestartet, um auf Ausbildungsstellen und offene Stellen in der gesamten Landeskirche hinzuweisen. Hierfür haben wir eine Postkarte gestaltet. Diese Karte hat eine grüne und eine blaue Seite und verweist mit QR-Codes auf unsere Ausbildungsangebote. Das ist auf der grünen Seite. Da steht zum Beispiel drauf, wir bilden aus und bilden uns ein, du suchst uns. Hier geht es lang. Und dann folgt der QR-Code. Und unsere Stellenanzeigen auf der blauen Seite. Da heißt es, in Deutschland bleiben Angestellte im Durchschnitt elf Jahre bei einem Unternehmen, bei uns 22. Freie Stellen gibt es hier. Und dann folgt der QR-Code. Sie sehen, obwohl ich hier stehe, Kirche kann auch mit Humor. Gut. Zum ersten Mal soll diese Karte am Heiligabend in den Kirchen unserer Landeskirche ausgelegt werden. Und die Karten können dann bei Kreiskirchentagen, GKR-Konventen und so weiter verteilt werden. Sie sind aber nicht nur Weihnachten, sondern ganzjährig verwendbar und in unserem Webshop zu bestellen. Bitte unterstützen Sie in Ihren Kirchenkreisen, Kirchengemeinden dieses Vorhaben. Zum Schwerpunktthema unserer Landessynode, dem Umgang mit sexualisierter Gewalt, möchte ich im Anschluss an den Bischofsbericht, für den ich sehr dankbar bin, ebenfalls etwas anmerken. Was macht unsere Lage so schwierig? Was lässt so viele Betroffene, denen in kirchlichem Rahmen durch sexualisierte Gewalt Schaden zugefügt worden ist, so sehr leiden? Woran liegt es, dass gerade Kirchen in dem Ruf stehen, nicht angemessen mit Fällen sexualisierter Gewalt im kirchlichen Kontext umzugehen? Ich werde das gleich vorab diese Fragen nicht zufriedenstellend beantworten können. Ich möchte aber die Vermutung äußern, dass dies auch mit den unterschiedlichen Perspektiven auf diese Taten zu tun hat. Die Täterperspektive steht bislang im Zentrum Straf- und disziplinarrechtlicher Verfahren. Sie ist in den meisten Fällen vom Leugnen und Verdrängen geprägt, selten von Einsicht und Reue. Die Betroffenenperspektive ist die der tiefsten Erschütterung durch Erlebnisse von Ohnmacht und Scham, wir haben es heute gehört, von Getäuscht- und Ausgenutztsein, von Verletzung und Hilflosigkeit und die Perspektive eines langen und schweren Weges in ein Leben mit diesen Erfahrungen. Daneben gibt es eine dritte Perspektive, die die wohl größte Gruppe unter uns kennzeichnet, nämlich die Perspektive derjenigen, die selbst nicht beteiligt waren, die die Wahrheit nicht kennen und die häufig hin- und hergerissen sind zwischen der Ungeheuerlichkeit dessen, was Betroffene oft detailreich, plausibel und leidvoll berichten, und den Beteuerungen Beschuldigter, die ihre Beteiligung an dem Geschehen oft ebenso eindrucksvoll in Abrede oder wenigstens in einen anderen Kontext stellen. Diese dritte Perspektive ist indes stets die derjenigen, die entscheiden müssen, was letztlich als wahr zu behandeln ist und welche Folgen dies hat. Es ist die alleinige Perspektive der Gerichte. Denn jede Beteiligung an dem Tatgeschehen und jedes maßgeblich bereits vorhandene Wissen darum seitens einzelner Mitglieder eines Gerichts führt dazu, dass diese Mitglieder befangen sind und an der Entscheidung nicht mitwirken können. Diese Grundregel der Rechtsstaatlichkeit ist von entscheidender Bedeutung für den Umgang mit den verschiedenen Perspektiven. Ich will versuchen, Ihnen dies darzustellen. Sie können sich vorstellen, dass das jetzt einen juristischen Schwerpunkt bekommt. Sie haben das ja alles schriftlich, Sie können es noch mal nachlesen, aber Sie können auch gleich zuhören, dann haben Sie es wenigstens schon einmal gehört. In juristischer Hinsicht hat jeder Fall sexualisierter Gewalt im Raum der Kirche oder auch sonst zumeist eine strafrechtliche, eine zivilrechtliche und gegebenenfalls eine disziplinarrechtliche Seite. Für Entscheidungen in straf- und zivilrechtlichen Gerichtsverfahren ist der Staat zuständig. Im Strafverfahren übernimmt der Staat aufgrund einer Strafanzeige oder eines anderen Bekanntwerdens einer möglichen Straftat, von Amts wegen deren Aufklärung und Verfolgung. Verfahrensbeteiligte sind die Staatsanwaltschaft und Beschuldigte vor Gericht als Angeklagte bezeichnet. Geschädigte sind traditionell nur zeugenschaftliche Beweismittel, können in bestimmten Fällen aber mit der Nebenklage zu Verfahrensbeteiligten werden und begrenzte Mitwirkungsrechte erhalten. Rechtsfolge ist die Verurteilung und Bestrafung des Angeklagten, der Angeklagten, denen die vorgeworfenen Taten nachgewiesen werden müssen. Zweifel an ihrer Schuld führen zum Freispruch. Mit dem Adhäsionsverfahren, ich habe Ihnen davor einen Absatz noch geschrieben, den Sie nachlesen können, den ich aber nicht hier verlesen werde. Mit dem Adhäsionsverfahren wird im Strafrechtverfahren ermöglicht, Geschädigten unproblematisch feststellbare Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche zuzusprechen, ohne dass Sie deswegen extra gegen Beschuldigte Klage erheben müssen. Führt das Strafverfahren jedoch nicht zu einer Verurteilung, weil kein strafbares Verhalten vorliegt, die Beweise für eine Verurteilung nicht ausreichen, von der Verfolgung einer Tat abgesehen wird, zum Beispiel gegen eine Geldauflage, oder sie nicht verfolgt werden kann, zum Beispiel wegen Verjährung, kommt ein Adhäsionsverfahren, ebenso wie bei komplizierter gelagerten Ansprüchen, die ein Strafverfahren verzögern könnten, nicht in Betracht. In diesen Fällen können Geschädigte, wie aber auch sonst, gleichwohl Ausgleichsansprüche wegen einer Straftat oder einer anderen unerlaubten Handlung im Zivilprozess durch Einreichung einer Klage bei der Zivilabteilung eines Amtsgerichts oder der Zivilkammer eines Landgerichts geltend machen. Im Zivilrecht stehen sich Kläger und Beklagtenseite auf gleicher Höhe gegenüber. Die Regeln sind grundsätzlich andere als im Strafrecht. Insbesondere ermittelt das Gericht nicht von Amts wegen, sondern es bleibt den Parteien überlassen, ihre jeweilige Version des Sachverhalts vorzutragen und nötigenfalls zu beweisen. Das Gericht sichtet das meist in Schriftsätzen vorgetragene Vorbringen der Parteien und sortiert es gedanklich danach, inwieweit es übereinstimmt und inwieweit es zwischen ihnen streitig ist. Dann sieht es sich isoliert den übereinstimmend dargestellten Sachverhalt und dazu das von der beklagten Partei bestrittene Vorbringen der Klägerpartei an und prüft, ob sich der von der Klägerpartei geltend gemachte Anspruch aus diesem kombinierten Sachverhalt ergibt. Falls dies nicht der Fall ist, und das passiert durchaus, dann ist die eingereichte Klage unschlüssig und kann abgewiesen werden. Ist die Klage nach diesem ersten Prüfungsschritt hingegen schlüsslich, das Vorbringen und Begehren der Klagepartei also plausibel, betrachtet das Gericht in einem zweiten Schritt wieder den übereinstimmend dargestellten Sachverhalt, dieses Mal aber ergänzt durch das von der Klägerpartei bestrittene Vorbringen der beklagten Partei. Es prüft nun, ob diese Sachverhaltsvariante dem Klagebegehren entgegenstehen würde, ob also das Vorbringen der beklagten Partei gegenüber dem Klageanspruch erheblich ist. Ist das Vorbringen der beklagten Seite unerheblich, weil es zum Beispiel nur auf unzutreffenden Rechtsansichten beruht, kann sie gemäß dem Klageantrag verurteilt werden. Ist allerdings das Vorbringen der Klägerseite schlüssig und das der beklagten Seite ebenso erheblich, muss über die maßgeblichen Tatsachen, die von beiden Seiten unterschiedlich dargestellt werden, Beweis erhoben werden. Hierzu prüft das Gericht, welche Seite die Beweislast für die von ihr abweichend dargestellten Umstände hat, mithin verpflichtet ist, geeignete Beweismittel anzubieten, die dann auch noch die Verurteilung dieser, die Version dieser Partei bestätigen müssen. Im Gegensatz zum Strafrecht gibt es auch keine generelle Beweislast der klagenden Partei. Den Satz im Zweifel für die beklagten Seite gibt es nicht. Stattdessen muss grundsätzlich jede Partei die Umstände beweisen, die für sie und ihre Rechtsposition günstig sind. Gelingt ihr das? Ob siegt sie im Prozess? Bleibt sie beweisfällig? Muss das Gericht in diesem Punkt die Sachverhaltsdarstellung der Gegenseite seiner Entscheidung zugrunde legen, sodass die beweisbelastete Partei den Rechtsstreit verliert? Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass Geschädigte in Fällen sexualisierter Gewalt durchweg vor staatlichen Gerichten bei der Beweiserhebung in der schwächeren Position sind, wenn die Beschuldigten bzw. die Beklagten ihre Taten nicht eingestehen. Im Strafverfahren ist es an den Geschädigten mit ihrer Aussage, alle Zweifel an der Tatbegehung zu beseitigen. Da es in erster Linie um die Schuld der Angeklagten geht, ist das Befinden der Geschädigten nur insoweit von Bedeutung, als dies Einfluss auf das Ausmaß der Schuld hat. Da zu dem Angeklagten in einem Rechtsstaat mit einem fairen Verfahren grundsätzlich keine Beschränkungen ihrer Verteidigung auferlegt werden können, ist es nicht unüblich, dass Geschädigte im Zeugenstand nach für sie peinlichen Umständen aus ihrem Intimleben, nach vermeintlichen Inkonsequenzen in ihrem Verhalten, nach eigenen Verfehlungen usw. befragt, suggestiven und auch polemischen Vorhaltungen ausgesetzt und in ihrer Glaubwürdigkeit zu erschüttern versucht werden. Es gibt noch eine Reihe von weiteren Schwierigkeiten, das habe ich Ihnen in einem Absatz aufgeschrieben, der dann folgt. Zwar können Geschädigte sich im Strafverfahren juristischen und auch psychologischen Beistandes und auch anderer Begleitpersonen zu ihrer Unterstützung bedienen, jedoch können diese nur begrenzt Einfluss auf die Befragung durch die Verteidigung und auch die Angeklagten selbst nehmen. Im Zivilrecht besteht diese Problematik in vergleichbarer Form. Zwar müssen Geschädigte im Zivilverfahren nicht aussagen, weil sie in eigener Sache keine Zeugen sein können. Wenn sie allerdings als Partei befragt oder förmlich vernommen werden, letzteres nur mit ihrem eigenen Einverständnis, kann dies für sie ähnlich schwierig sein wie im Strafverfahren. In jedem Fall trifft sie jedoch die Beweislast für die Umstände, auf die sie geltend gemachte Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche stützen. Insbesondere müssen sie die behaupteten Handlungen der beklagten Partei beweisen, wenn diese sie insgesamt oder in ihrer Intensität bestreitet. Im Ergebnis hat eine solche Klage in dieser Konstellation, besonders bei länger zurückliegenden Taten, mangels vorhandener objektiver Beweismittel selten Erfolg, sodass Geschädigte oft leer ausgingen, wenn sie Ansprüche durchzusetzen versuchten. An dieser Stelle scheinen spätestens seit dem Urteil des Landgerichts Köln gegen das Erzbistum Köln vom 13. Juni 2023 einige Erläuterungen zum viel diskutierten Begriff der Verjährung angebracht. Auch hier gibt es zwischen dem Strafrecht und dem Zivilrecht grundsätzliche Unterschiede. Auch wenn der Begriff den Anschein der einfachen Berechenbarkeit erweckt, sind hierfür eine Reihe höchst komplizierter Regelungen zu beachten. Im Strafrecht haben Staatsanwaltschaft und Gericht den Eintritt der Verfolgungsverjährung von Amts wegen aufzuklären und zu berücksichtigen. Er führt zu einem nicht behebbaren Verfolgungshindernis und unmittelbar zur Einstellung des Ermittlungs- oder Strafverfahrens. Die Verjährung soll dem Rechtsfrieden und damit der Rechtssicherheit dienen und einer Untätigkeit der Strafverfolgungsbehörden durch den aufgebauten Zeitdruck entgegenwirken. Die Dauer der Verjährungsfrist, sie beträgt bei den hier in Betracht kommenden Delikten 15 oder 20 Jahre, richtet sich nach der angedrohten Höchststrafe des in Betracht kommenden Tatbestandes. Dann folgen drei Anstriche mit den einschlägigen Tatbeständen, die ich Ihnen hier aufgeschrieben habe. Das will ich hier nicht im Einzelnen verlesen. Seit 2015 beginnt die Verjährung zur Verfolgung der vorgenannten Tatbestände mit der Vollendung des 30. Lebensjahres des Opfers. Hier ist der Begriff des Opfers im Gesetz so geschrieben, deswegen habe ich ihn hier aufgenommen. Ansonsten, denke ich, sollten wir von Betroffenen reden. Allerdings, nach der älteren Rechtslage bereits verjährte Taten wurden durch die Anhebung der Altersgrenzen nicht wieder verfolgbar. Und das ist von Bedeutung, denn viele Taten waren bereits lange verjährt, als diese Regelung 2015 in Kraft getreten ist und sind dadurch weiterhin nicht verfolgbar. Weiterhin wird die Berechnung der Verjährung nicht nur durch das Ruhen, sondern auch durch zahlreiche Fälle der Unterbrechung erschwert, sodass sie dann wieder von Neuem beginnt. Sie sehen also, der Begriff der Verjährung ist jetzt nichts, was man irgendwie mal so aus der Hosentasche kurz beantworten kann. Da muss man schon ein bisschen tiefer in die Aktenlage und in die Umstände einsteigen. Im Zivilrechtsstreit führt die Verjährung dazu, dass die Schuldnerseite berechtigt ist, die Leistung zu verweigern. Die beklagten Partei kann die Einrede der Verjährung, so heißt das, erheben und damit die Klage unbegründet werden lassen. Sie muss dies aber nicht tun, sie kann sogar bindend darauf verzichten. Wenn die Einrede der Verjährung nicht erhoben wird, kann der verjährte Anspruch wie ein Unverjährter durchgesetzt werden. Das Gericht ist an die Entscheidung der Schuldnerseite gebunden und prüft das Eintreten der Verjährung erst, wenn die Einrede auch erhoben ist. Seit Anfang 2002 verjähren Ansprüche wegen der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung, so lautet es im Gesetz, zwar nach wie vor nach drei Jahren, ab Kenntnis vom Geschehen und von einer ersatzpflichtigen Person, das heißt, die beiden Umstände muss man kennen, erst dann beginnt die Verjährung. Jedoch ist die Verjährung solcher Ansprüche seitdem bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres der oder des Betroffenen gehemmt. Wenn bei Beginn der Verjährung eine häusliche Gemeinschaft mit Tatbeteiligten besteht, sogar bis zu deren Beendigung. Da steht in § 208 BGB also eine neue Vorschrift seitdem. Aber zuvor verjährte Ansprüche bleiben verjährt. Der Verzicht auf die Einrede der Verjährung ist vor allem dann von Bedeutung, wenn Betroffene in der seltenen Lage sind, ihre Darstellung des Geschehens trotz des sehr langen Zeitablaufs beweisen zu können. Gibt es hingegen zu ihren Lasten Beweisschwierigkeiten, wären ihre Klagen bei abweichendem Vortrag der Beklagtenseite regelmäßig schon erfolglos, ohne dass es auf den Eintritt der Verjährung oder die Erhebung der Einrede der Verjährung ankäme. Dann wären sie ohnehin schon erfolglos. Im Fall des Erzbistums Köln ist der Vortrag des Betroffenen allerdings nicht bestritten worden, obwohl dies auch für das Erzbistum prozessual zulässig gewesen wäre. Denn die waren ja nicht bei den Taten dabei. Insoweit können sie bestreiten, indem sie sagen, ich weiß es nicht, ich kenne es nicht, beweis es mal. Bestreiten durch Nichtwissen nennt man es. Jetzt kommen wir zum kirchlichen Disziplinarverfahren. In unserer Landeskirche richtet sich das nach dem Disziplinargesetz der EKD in der Fassung vom 9. November 2022. Es gilt aber, das hatte Michael Lehmann schon gesagt, nur für Amtspflichtverletzungen von Pfarrerinnen, Pfarrern, Kirchenbeamtinnen, Kirchenbeamten und anderen Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis zur EKM oder zu einer von ihr beaufsichtigten Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts stehen, sowie für Verfehlungen von anderen Ordinierten und Personen im Vorbereitungsdienst ohne ein solches Dienst- und Treueverhältnis. Privatrechtlich Beschäftigte sind dagegen grundsätzlich arbeitsrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Auseinandersetzungen sind vor staatlichen Arbeitsgerichten zu führen, die nach den Grundsätzen des Zivilverfahrens arbeiten. Soweit kann ich da verweisen. Dem eingeschränkten Geltungsbereich des Disziplinargesetzes entspricht eine Beschränkung des Zwecks kirchlicher Disziplinarverfahren. Denn nach § 1 Disziplinargesetz soll ein kirchliches Disziplinarverfahren auf ein Verhalten der in der Kirche mitarbeitenden Menschen, das die Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer Verkündigung beeinträchtigen kann, reagieren und dazu beitragen, das Ansehen der Kirche, die Funktionsfähigkeit ihres Dienstes, eine auftragsgemäße Amtsführung und das Vertrauen in das Handeln der in der Kirche mitarbeitenden Menschen zu sichern. Scheidet aber eine beschuldigte Person aus dem Dienstverhältnis aus und verzichtet etwa auf die Rechte aus der Ordination, gibt es keinen Raum für die weitere Durchführung eines Disziplinarverfahrens. Zwar gibt es im Disziplinarrecht der Landeskirche keine Verjährung, jedoch dürfen gemäß § 22 Disziplinargesetz ein Verweis, eine Geldbuße oder eine Kürzung der Bezüge nicht mehr ausgesprochen werden, wenn seit der Vollendung einer Amtspflichtverletzung mehr als vier Jahre vergangen und weder ein Disziplinarverfahren betrieben oder die Frist sonst unterbrochen oder gehemmt ist. Nur in schwerwiegenden Fällen, die mit einer Zurückstufung, einer Amtsenthebung, dem Entzug der Ordinationsrechte oder der Entfernung aus dem Dienst geahndet werden können, gibt es immerhin keine zeitliche Begrenzung. Das Disziplinargericht ermittelt den Sachverhalt und prüft die Verfahrensvoraussetzungen von Amts wegen, ist also nicht an die Darlegungen der Verfahrensbeteiligten gebunden. Ähnlich wie im Strafrecht muss das Gericht von einer Amtspflichtverletzung überzeugt sein. Bei Zweifeln muss es die Disziplinarklage abweisen. Sie sehen, als Betroffener hat man wenig Möglichkeiten der Einflussnahme, aber derzeit gibt es Bestrebungen, die Stellung Betroffener im Disziplinarverfahren zu stärken und ihnen eine Position ähnlich der Nebenklage im Strafverfahren einzurollen. Das ist die Betrachtung der aktuellen Rechtslage. Nach den derzeit geltenden materiellen und prozessualen Regelungen gibt es in aller Regel geringe Erfolgsaussichten für Betroffene sexualisierter Gewalt, für das ihnen zugefügte Unrecht, Ausgleich und Genugtuung zu erfahren und die Taten gesühnt zu wissen. Das ist nicht nur im kirchlichen Rahmen, sondern in jedem gesellschaftlichen Kontext der Fall, in dem sexualisierte Gewalt verübt wird. Freilich klaffen Anspruch und Wirklichkeit in der Kirche besonders auffallend und weit auseinander, da andere Organisationen und Institutionen nicht den Anspruch erheben, Menschen den Weg zum ewigen, friedvollen und versöhnten Leben in Gottes Gegenwart ohne Angst und Not aufzeigen zu können. Durch sexualisierte Gewalt werden regelmäßig über eine lange Zeit im Gegenteil die Liebe verkehrt, die Hoffnung enttäuscht und der Glaube zerstört. Dies auch noch rechtlich besiegeln zu lassen, kann kein zufriedenstellender Umgang mit der Masse der Fälle sexualisierter Gewalt sein. Insbesondere die Beweisnot der Betroffenen hat deshalb zu dem Gedanken geführt, dass Betroffene sexualisierter Gewalt, die ihre Ansprüche insbesondere gegen die Täter, aber auch gegen deren Anstellungsträger bzw. Dienstherren nicht mehr durchsetzen könnten, gleichwohl Unterstützung erfahren können. Die Entscheidung darüber obliegt der unabhängigen Kommission der Landeskirche nach Paragrafen 9 und 10 des Gewaltschutzgesetzes der EKM vom 18. April 2021, das insoweit fast gleichlautend, aber den unterstützbaren Personenkreis um volljährige Schutzbefohlene erweiternd, die Gewaltschutzrichtlinie der EKD vom 18. Oktober 2019 für die EKM umgesetzt hat. Ich habe Ihnen die Paragrafen 9 und 10, damit Sie den Wortlaut haben, hier nochmal klein abgedruckt. Verlesen werde ich sie nicht. Auch wenn die unabhängige Kommission in Zusammensetzung und Arbeitsweise an einen gerichtlichen Spruchkörper erinnert, ihre Tätigkeit gesetzlich geregelt ist und die Unterstützung von bestimmten Voraussetzungen abhängig gemacht wird, gewährt das Gewaltschutzgesetz keine gesetzliche Anspruchgrundlage zugunsten Betroffener, sondern nur ein außerhalb des gesetzlichen Systems stehendes Verfahren, um dort unterstützen zu können, wo eben kein rechtlich durchsetzbarer Anspruch besteht. Die gesetzliche Form im Gewaltschutzgesetz ist allein deswegen notwendig, um Mittel der Landeskirche auf gesetzlicher Grundlage dafür verwenden zu können, Betroffene ohne eine Rechtspflicht zu unterstützen. Denn keine kirchliche Stelle darf Finanzmittel der Kirche zur Kompensation rechtlich nicht durchgreifender Verpflichtungen einsetzen, ohne dazu ermächtigt zu sein. Und zwar gesetzlich ermächtigt. Aus diesem Grund ist es auch für kirchlich Verantwortliche hochproblematisch, in einem Rechtsstreit bewusst nicht alle Verteidigungsmittel, darunter auch die Einrede der Verjährung, einzusetzen, da sie sich dann ihrerseits schadenersatzpflichtig machen können. Wenn sie ein Anwalt nicht darauf hinweist, dass ihr Anspruch verjährt ist und sie rennen dann ins Messer und die Gegenseite beruft sich drauf, dann zahlt der Anwalt im Ergebnis beziehungsweise seine Rechtsschutzversicherung. So ähnlich ist das dann hier auch. Im Verhältnis zu den Betroffenen handelt es sich bei den Zahlungen um eine Unterstützung, die freiwillig, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne, dass durch diese Regelung ein Rechtsanspruch begründet wird, gewährt wird. Deswegen sind diese Unterstützungsleistungen, die auch als Leistungen in Anerkennung erlittenen Unrechts oder kurz Anerkennungsleistungen bezeichnet werden, auch nicht einklagbar. Der Begriff der Anerkennung darf nicht mit dem Begriff des Anerkenntnisses im rechtlichen Sinne verwechselt werden. Das habe ich Ihnen hier auch noch aufgeschrieben. Denn im Ergebnis prüft die unabhängige Kommission ähnlich wie ein Zivilgericht im ersten Prüfungsschritt, ob die Darstellung des oder des von der oder dem betroffenen geschilderten Geschehens plausibel ist und sich ein Anspruch aus dem vorgetragenen Sachverhalt ergibt. Dabei lässt sie es indes bewenden, ohne die Täterseite zu befragen oder Beweis zu erheben. Lediglich Betroffene, die Sachverhalte schildern, aus denen sich keine Ansprüche gegen kirchliche Beschäftigte oder eine kirchliche Körperschaft ergeben, erhalten keine Unterstützung. So ist jedenfalls der Sinn der Regelung. Dieses Verfahren ermöglicht es zwar, ohne den Anschein von Willkür, Betroffene auch finanziell unterstützen zu können. Es kann aber, da es in dem Wissen ausgeführt wird, dass Betroffene etwaige Ansprüche wohl nicht durchsetzen können, Züge einer Kulanzentscheidung annehmen, die bei den Betroffenen den Eindruck entstehen lassen kann, von einer wohlwollenden Entscheidung eben jener Kirche abhängig zu sein, in deren Räumen und durch deren Mitarbeitende die Taten begangen wurden. Insoweit ist es von besonderer Bedeutung, dass die Unterstützung ausdrücklich in Anerkennung erlittenen Unrechts zugesprochen wird. Insbesondere auch deshalb, weil die im kirchlichen Auftrag entscheidende unabhängige Kommission mit dieser Form der Anerkennung zwar die Plausibilität der Betroffenenperspektive annimmt, jedoch nicht die Möglichkeit hat, auf Täterpersonen zuzugreifen. Denn genauso wenig, wie ein gerichtlicher Freispruch eines Angeklagten die Belastungszeugen automatisch einer falschen Aussage überführt, führt vorliegend die Anerkennung erlittenen Unrechts zugunsten von Betroffenen im Umkehrschluss dazu, dass die beschuldigte Person als überführt zu gelten hat. Beides bleibt in einem nicht auflösbaren Widerspruch nebeneinander stehen. Das vermag nicht zu befriedigen, aus keiner Perspektive. Umso notwendiger sind intensive Gespräche und das Bemühen um Verständnis. Vieles ist noch in der Entwicklung. Zum Abschluss dieser Einbringung möchte ich noch kurz an die Tageslosung erinnern, die auch dieser Einbringung voransteht. Wie könnte ein Mensch Recht behalten gegen Gott? Hat er Lust, mit ihm zu streiten, so kann er ihm auf tausend nicht eines antworten. Das klingt für sich genommen wie ein Ausruf des Staunens über Gottes Größe und der Bewunderung von Gottes Allwissenheit. Das klingt positiv. Aber Hiob, das zeigt der Kontext, meint es ganz anders. Wenige Verse später folgen die Sätze. Geht es um Macht und Gewalt? Er hat sie. Geht es um Recht? Wer will ihn vorladen? Wäre ich gerecht? So müsste mich doch mein Mund verdammen. Wäre ich unschuldig? So würde er mich doch schuldig sprechen. Ich bin unschuldig. Ich möchte nicht mehr leben. Ich verachte mein Leben. Hiob ist verzweifelt, ob all des Unglücks, das ihm widerfahren ist. Er sieht sich Gott ausgeliefert und von ihm gequält. Er ist hilflos, voller Bitterkeit. Nicht Staunen, sondern Entsetzen. Nicht Bewunderung, sondern ohnmächtige Wut lassen ihn unsere Tageslosung ausrufen. So stelle ich mir die Sicht von Betroffenen sexualisierter Gewalt vor, jedenfalls in bestimmten Phasen ihres Lebens. Gott hat zugelassen, dass sie in seiner Kirche gelitten haben, ohnmächtig erdulden mussten, was Menschen ihnen antaten, dass ihnen ihr Leben trüb wurde, vielleicht sogar nicht mehr lebenswert. Wie bitter kann uns das Böse machen? Und wann geht es vorbei? Das Buch Hiob ist kein Tatsachenbericht, sondern eine der ältesten Romanerzählungen. Vielleicht wirkt das folgende Happy End deswegen etwas aufgesetzt. Denn Gott gab Hiob alles zurück, sogar doppelt. Hiob lebte noch lange und erlebte sogar noch seine Urenkel und starb alt und lebenssatt, so heißt es. Aber eins ist klar. Bitterkeit ist kein Zustand, in dem jemand sein Leben verbringen mag. Und bei allem, was Hiob widerfahren ist, gab es für ihn doch letztlich keine andere Wahl als Gott. Und auch für uns stellt sich die Frage, ob wir angesichts allen Leides und besonders angesichts der von Tätern sexualisierter Gewalt, unter Ausnutzung unserer Kirche und der durch sie verliehenen Macht, unter Missachtung der anvertrauten Verantwortung, unter Verhöhnung des Evangeliums und unter Schändung geschützter Räume verübten Taten, die Hoffnung fahren lassen, den Glauben aufgeben und die Liebe fürchten müssen. Als Christinnen und Christen in unserer Kirche können wir unser Entsetzen über das, was Betroffenen angetan wurde, nicht verschweigen. Und zugleich nehmen wir wahr, dass auch unsere Kirche durch diese Taten schweren Schaden genommen hat, an ihrer Glaubwürdigkeit, an ihrer Ausstrahlung für eine bessere Gesellschaft, an dem Miteinander ihrer Menschen und an so vielen Seelen. Die Perspektive unserer Kirchen auf die Taten sexualisierter Gewalt trifft hier die Perspektive der Betroffenen. Die Perspektive der Täter kann uns nur fremd sein und hat in der Kirche keinen Platz. Es tut mir von Herzen leid, wenn falsch verstandene Solidarität oder auch nur Hilflosigkeit und Angst dazu geführt haben, das Leid der Betroffenen zu verschlimmern und im Ergebnis den Schaden für die Kirche zu vergrößern. Leider, das habe ich Ihnen ausführlich dargestellt, besteht wenig Aussicht darauf, mit rechtlichen Mitteln eine wirklich gerechte Lösung derzeit herbeizuführen, die alle Perspektive zusammenführt. Die getrennte Betrachtung der Täterseite im Straf- und Disziplinarverfahren und der Betroffenenseite im Verfahren vor der unabhängigen Kommission überzeugen in dieser Hinsicht nicht wirklich. Und hier hoffe ich auf eine vierte Perspektive. Die Perspektive Gottes, die in ihrer Allwissenheit jeden Zweifel ausräumt und in ihrer Allmacht alles Leid aufhebt und alles Böse verdammt. Allwissenheit und Allmacht sind die Voraussetzungen wirklicher Gerechtigkeit. Nur Gottes Perspektive ist auch die Perspektive der Gerechtigkeit. Deshalb gibt es keine Alternative zu Gott. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.